Dieses Video wird präsentiert von TopTables. Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video und ich habe Post bekommen aus Frankreich. Nicht etwa irgendwelche Leckereien, sondern mein erstes selbstgekauftes Magic the Gathering Secret Lair. Und ich bin sehr gespannt, ich mache es schon mal ohne groß vorher zu reden, die Packung auf. Und auf das Secret Lair habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich hatte es ja schon direkt, als es in die Vorbestimmung ging, vorbestellt. Und jetzt möchte ich mal kurz gucken, ob ich mir auch das richtig geschickt habe. Ja, sehr gut. Und tatsächlich finde ich den Karton sehr klein und so sieht es aus. Ich habe ja schon das Shades Not Included, das hieß es glaube ich, Secret Lair. Oh, das habe ich über Cardmarket gekauft. Und das hier finde ich richtig, richtig toll. Es ist nämlich das Secret Lair X Transformers Optimus Prime vs. Megatron Set. Und das habe ich mir in Traditional Fall gekauft. Hat durch 45 Euro gekostet. Und für mich als Transformers Fan kam ich jetzt nicht drum herum. Also, eine ganz klare Sache. Und ja, es gab drei Drops insgesamt. Einmal das Optimus vs. Megatron, dann ein Set mit Ländern war es glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und noch eins, was mich jetzt auch nicht so super doll angesprochen hat. Und das Schöne ist halt, hier ist eine Karte drin, die allein schon quasi den Paketpreis wieder reinholt. Und ich würde sagen, ich mache es mal auf. Fate rarely calls upon us at the moment of our choosing. Zitat von Optimus Prime aus Transformers Movie. Also nicht den Michael Bay Realfilm, sondern aus dem 86er Cartoon Film. Und wow, das sieht doch richtig toll aus. Hier ist die normale Box. Aber ich finde hier, der Transformers Schriftzug sieht toll aus. Modern meets the eye. Der Leitspruch von Transformers. Und also dieses Metallic-Rote sieht richtig, richtig toll aus. Und auf dem Deckel. Und da strahlt mich schon die erste Karte an. Es ist Megatron. Ein, wie nennt man das denn bei Magic? Also es ist ein Reskin, würde ich jetzt ein Videospielen sagen, von Blythe Steel Colossus. Und der Blythe Steel Colossus ist halt schon super wertvoll. Und ich versuche jetzt mal ganz vorsichtig, das hier abzukriegen. Und ihr seht schon hier hinten durchschauen, da ist noch eine Karte drin. So, komm her. Und das ist Cybertron. Ein Reskin von Command Tower. Und das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Machen wir das doch mal zuerst auf. Das ist sozusagen dann die Bonuskarte. Na, komm her. Ich bin so schüssig, dass ich irgendwie die Karte malträtiere, wenn ich da jetzt die Folie aufreiße. Add one minor of any color in your command. Commanders color identity. Englisch war heute ausverkauft, sorry. Sehr, sehr schick. Auch wenn ich jetzt finde, dass man Cybertron jetzt nicht so super gut erkennt. Und jetzt natürlich. Kommt mal raus, ihr Guten. Und wie gesagt, das Set hat mich sowohl von den Karten her, als auch einfach vom Value her am meisten angesprochen. Und Megatron sieht wahnsinnig gut aus. Und er ist eine doppelseitige Karte, das bedeutet, auf der Rückseite ist er nochmal als Fahrzeug. Ja, merkt ihr schon. In dem original 80er-Jahr-Karton verwandelt er sich in eine Volta P-38 Handfeuerwaffe. Feuerwaffe ist heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß. Und da Transformers ja auch dazu dient, um Spielzeuge zu verkaufen und Pistolen lassen sich als Spielzeuge eher nicht mehr so gut verkaufen, verständlicherweise hat man sich dann entschieden, aus dem Megatron einen Panzer zu machen. Und wenn ich jetzt richtig sehe, basiert das auf der Version aus der Spielzeugreihe Transformers Earthrise. Und hat sogar Infekt. Ist farblos, kostet zwölf Mana, ist eine elf-elf-Kreatur. Trample, Infekt, indestructible. If Megatron would be put into a graveyard from anywhere, reveal Megatron and shuffle it into its owner's library instead. Also eine ziemlich, ziemlich nice Karte. Nicht nur optisch, sondern auch spielmäßig. Und ja, das ist ein bisschen, bisschen off-center aus, ist jetzt nicht so schlimm, und minimal gepringelt. Aber auch noch im Rahmen, wie ich finde. Dann haben wir den Allspark. Und der ist auch doppelseitig. Und ist ein Reskin von Doubling Cube. Kostet zwei Mana, ist ein Artefakt. Für drei Mana und Tappen double the amount of each type of unspent mana you have. Freedom is the right of all sentient beings. Ein Zitat von Optimus Prime. Eins der ikonischsten Zitate überhaupt aus Transformers. Auch eine sehr, sehr schicke Karte. Und zu guter Letzt, der Anführer der Autobots himself. Optimus Prime, ein Reskin von Dark Steel Colossus. Kostet elf Mana, ist eine elf-elf-Kreatur. Hat Trample und Instructible. If Optimus Prime would be put into a graveyard from anywhere, reveal Optimus Prime and shovel it into its owners' library instead. Also im Prinzip dasselbe wie der Light Steel Colossus. Nur ein Mana-Blieger und ohne Infekt. Aber dafür mit einer zweiten Seite. Und das sieht auch richtig, richtig toll aus. Und zum Prinzip stellen die drei Karten eine Szene dar. Was halt auch richtig, richtig toll ist. Und So. Ich stehe mal ein bisschen ran, damit ihr es auch besser... Also ich finde es total toll. Das Warten hat sich für mich absolut gelohnt. Seratron als Bonuskarte finde ich auch ein nettes Goodie. Aber diese drei Karten als solches waren für mich wirklich schon Grund, dieses Set zu kaufen. Ähm, wie gesagt, Megatron, Acai, Blythe, Steel Colossus ist halt schon, äh, wertemäßig, äh, ziemlich gut dabei. Und, äh, so gesehen gab es dann halt Optimus und Allspark, äh, obendrauf. Und Seratron natürlich auch. Und das Ganze auch in einer sehr schicken Verpackung. Und ich feiere das, äh, Zitat. Oder ist das sogar aus dem Michael Bay Movie? Oder haben die das damals auch schon aus der Vorlage übernommen? Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich werde es vielleicht nochmal nachschauen. Und, äh, falls ihr schneller seid, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich feiere auf jeden Fall diese Karten. Die bekommen bei mir einen ziemlich schönen Platz. Ähm, überlege gerade sogar, ob ich die vielleicht auch einrahmen und aufhänge. Und, ähm, Traumhaft. Ja, ist ein bisschen, so. Also, ich, die Vorderseite passt irgendwie nicht so, so richtig, aber ich denke, ich würde es dann halt so ein bisschen Abstand zueinander dann halt einrahmen. Ähm, ich weiß es noch nicht. Ich bin auf jeden Fall jetzt super begeistert von den Karten. Ähm, ich denke, das merkt man mir auch an. Und, ähm, hoffe, dass es nicht das letzte, äh, mal sein wird, dass wir die Transformers als Magic the Gathering Karten sehen. Es ist tatsächlich auch nicht, äh, die erste Optimus Prime Karte, auch nicht die zweite, sondern sogar die dritte. So als kleiner Funfact. Den zweiten Optimus Prime hatten wir ja als, ähm, Karte in den Set- und Collectorboostern von, äh, Broverspaar. Und den ersten Optimus Prime, das war eine Karte, die ist exklusiv für Mitarbeitende von Hasbro gab, wenn ich mich recht entsinne. Und, ähm, bei Card Market gibt's sie gar nicht. Und ich glaube, wenn es sie mal irgendwann geben wird, wird es so scheiße teuer sein. Und, äh, ich bin bekloppt genug, dass ich dieses Geld dafür auch hinlegen würde. Aber, solange freue ich mich jetzt über diese drei Karten hier. Und, ähm, hm, oder ich stelle sie in mein Transformers-Figurenregal. Ich weiß es noch nicht. Ähm, wo würdet ihr die Karten hinstellen oder einsortieren oder aufhängen, wenn ihr das hättet? Bin ich mal gespannt, äh, wie findet ihr Transformers? Wie steht ihr zu Crossovern, äh, von Magic mit anderen Universen? Da kommt jetzt auch noch Herr der Ringe und Doctor Who. Da freue ich mich auch schon total drauf. Ähm, schaut's nur gerne in die Kommentare. Ähm, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video und die Inhalte gefallen haben. Ähm, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr's noch nicht getan habt. Und schaut auf unseren Discord-Server. Die Links sind hier unten in der Info zu Instagram, Twitter und, äh, vielen weiteren, ähm, interessanten Sachen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.